Mein Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Ich war heute als Burg. Das gefällt mir gut. Wir können einen Riesenbaum machen. Wir können ihn sogar noch verstärken mit den Ochsen. Das sind gute Tanks. Lasern können wir auch noch. Das gefällt mir wirklich gut. Das haben wir für dunkles Ritualkampfnarben. Kampfnarben sind auch sehr schön. Tanks haben wir da. Der Schaden fehlt so ein bisschen. Ich glaube, ich nehme den Albtraum mit. Damit wir da noch Schaden haben. Und dann fange ich mit einem Ochsen an. Zack. Geht los. Das sind übrigens alle Experten außer mir, weil ich letzte Runde verschissen habe. Ja, Piri ist mein einziger Arcanenverteidigung, glaube ich, bei ihm. Oh, Aseria. Also Priesterin des Abgrunds erstmal. Das sieht mir nach Piesta aus. Da müssen wir aufpassen. Ja, das prägt mir nichts. Ich bin in der Priesterin. Ja, das prägt mir nichts. Aber für ihn vielleicht. Für mich macht das keinen Sinn. Ich kann einfach noch einen Worker pushen. Aber er hat schon 40 gehabt jetzt. Ich könnte höchstens versuchen mit einer Echse, die ein bisschen zu nerven. Mehr kann ich nicht machen. So, das wird meine einzigste Arcan Verteidigung sein. Dann stellen wir noch einen hin. Ja, stellen erst mal da hin. Weiter eine Schnecke und eine Aufwertung. P.U.I. hat auch ihn gestellt. Ah, da kann ich nicht viel reißen. Gestern blockt das weg. Kriegt aber vielleicht genug Schaden, dass die dann durch können. Weiß ich nicht. Müssen wir uns anschauen. Mein Ochse kämpft noch. Was hat er? Sehr gut. Ne, das wird nicht reichen. So, schicken wir jetzt eine Echse rein. Jetzt kann ich schon mal einen Heiler bauen. Wirkung für die nächste Runde rein und dann mache ich ein King-Upgrade machen. Ich mache ein King-Upgrade. Ah, jetzt sind es schon 60. Oh, hier könnte ich durchkommen. Ne, heilt zu viel. Ne, falscher Alarm. Ne, falscher Alarm. Ja, kein Problem. Ich mache ein King-Upgrade. Dann habe ich auch noch mal einen King-Upgrade. Und dann habe ich eine Molkow für die nächste Runde mit rein. Ja, auf sechs könnte ich tatsächlich schicken. Ist gar nicht verkehrt. wieder 60 eine Echse und eine Aufwertung der Ketten hier ist immer nicht schlecht da ist ein Archer mit drin zweiter Healer dazu Pollen da kommt noch eine Echse rein die gehen ganz schön auf Einkommen jede Runde jede Runde Cent mit einer King Aufwertung ich kann gut durch sehr schön die Healer halten meinen Ochsen hoch beide durch können wir noch mal holen Piri ist halt die nächste Runde locker das tut weh das sollte reichen auf Cobras willst du schicken könnte ich Turtles rein schicken das bringt mir aber theoretisch nicht so viel und hier vielleicht mehr ich hör mit schick mal Turtles rein für die Akane Verteidigung oh ich halte das ich halte das soll ich halten ja sehr schön jetzt gehe ich mit dem Albtraum ich nehme dich ich fühle dich ich zu ihm lege ich mir ich sehe dein Trag Und auch 4 Turtles geschickt Oh, ab, Baum Ja, das wird erhalten Ich habe noch keinen Baum Ah, ich muss schon wieder alles machen Ich muss schon wieder alles machen Ich könnte hier natürlich noch einen hinstellen Das geht Kann ich hier auch noch ein bisschen was bauen Ja Das klingt gut Schicken wir auf den Großvater Juts wahrscheinlich Weil ich einen Voreis nicht zusammenkriege Das klingt wirklich auch jede Runde, ne? Solange wir das halten, ist das immer gut Gute Kohle für uns Ein Voreis hätte ich schon gerne Boah Ja, die kriege ich zusammen Die kriege ich zusammen Ja Sehr gut Machen wir noch Albtraum in Dann sind wir gut abgesichert Boah, es könnte denen richtig wehtun Drei Daphnis machen den ganz schön platt Ja, scheiße Daphnis waren zu stark Ich gehe mit Kampfnarben Ich stelle es in den Baum hin Magier bringt mir nichts So, dass wir den King aufwerten Auf eine bessere Möglichkeit hoffen 13 vielleicht Ich dachte es nicht so viel machen Auf 13 Wir machen nur Einkommenswind die ganze Zeit Könnte auch noch länger Sammeln auf 14 gehen Weiß ich jetzt nicht Den werte ich mal auf Könnte auch noch 14,15 sammeln Ist ja auch nicht verkehrt Hm 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 All right, so ja wir müssen vor alles rein senden aber ich habe nicht genug knete gehabt also entspann dich jetzt komme ich nämlich hier nicht weiter und eine extra rein kacke aber sieht da eine schlechte aus jetzt sehen wir noch zwei die echse gegrillt bei einer serie gebaut schwierig schwierig machen den king fetter und müssen dann auf eine bessere wave warten und den long safe mache auf jeden fall sonst werden wir nicht weiter kommen die halten es stark die 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 gut möglich das jahr 15 schicken ist aber gar nicht so wild das erst mal eine aufwertung machen das macht keinen sinn doch 80 jetzt kann sie das geld zu verschwenden für irgendeinen scheiß pv sehr gut der der baum hält ganz gut was weg werde ich nicht halten können so wir sollten auf jeden fall gucken ja genau dass wir so für 17 gehen die haben viel stich so der serie ist der einzige schaden bei mir drüben können doch pyrrhus bauen ich werde den mal auf und dann können wir so ein bisschen noch mit nimbus reinballern das können wir machen stellen mal so nach hinten so ein bisschen hmm Schwierige Geschichte. Ich könnte da einen zweiten Baum hinstellen. Dann werden wir die mal boosten und dann müssen wir gucken. White Mane, Marobo mit rein. Das wird interessant. Okay, jetzt sind wir zwar durchgekommen. Aber die werden jetzt in die nächste Runde fett schicken. Also wir müssen jetzt senden, sonst sind wir vielleicht tot. Deswegen werden wir hier so ein bisschen mit denen aufwerten. Komm, wir stellen noch einen hin. Ja, das bringt eigentlich nichts, diese Scheiße hinzustellen. Booste ich lieber die. Und dann schauen wir mal. 1500. Holy shit, Alter. Drei Voreis, ein Haufen Robos. Das sieht nicht gut aus. Die normale Welt habe ich fast gehalten. Aber es kommt ein ganz schöner Haufen noch hinten her. Ja. Kacke. Ja, das wird es gewesen sein. Ne, ne, ne. Na gut, das war eine weitere Runde von Legion TD2. Ich würde gerne bei anderen Videos vorbei, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.